Vor dem Amtsgericht in Düsseldorf hat heute der Prozess gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder begonnen. Ihm wird vorgeworfen, kinderpornografische Schriften verbreitet und besessen zu haben. Er hat die Vorwürfe jetzt erstmals selber teilweise eingeräumt. Und das waren ziemlich unappetitliche Sachen, die bei der Verlesung der Anklage offenbar geworden sind. Es ist immer wieder die Rede davon gewesen, dass Kinder unter zehn Jahren auf Bildern zu sehen gewesen sind, wie sie mit Erwachsenen zum Anal- oder Oral- oder Vaginalverkehr aktiv gewesen sind. Es hat nach einer kurzen halben Stunde eine Unterbrechung gegeben und die Parteien haben versucht, sich zu einigen. Das ist nicht gelungen. Auch an die Staatsanwaltschaft wollte wohl keinem Urteil zustimmen, das nach Ansicht der Richterin im Bereich unter einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung gelautet hätte. Und jetzt wird weiter verhandelt. Immer wieder wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, wenn Chatverläufe besprochen werden oder Bilder gezeigt werden. So auch jetzt. Wie lange das heute noch dauern wird und was am Ende dabei herauskommt, das steht noch nicht fest. Aber mit einer Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wird man wohl rechnen.